Willkommen zurück zur wahrscheinlich vorletzten Folge der Arsenal-Karriere hier in Fest 22. Wir sind im Wanda Metropolitano in Madrid. Es geht ins UEFA Champions League Halbfinale-Hinspiel gegen Atletico. Und klar ist, dass das hier heute das bisher größte Spiel, würde ich behaupten, unserer Arsenal-Karriere ist. Klar, wir standen auch im Euroleague-Finale, aber ein Halbfinale der Champions League, das ist nochmal ein Tick größer, würde ich fast behaupten. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine sehr realistische Chance, einfach ins Champions-League-Finale zu kommen. Und dabei treffen wir heute auf eine der Mannschaften, die man eigentlich immer schlagen muss, wenn man zum Champions-League-Titel will. Es geht gegen Atletico mit Oblak im Tor, Trippier, Montero, Jiménez, Lodi, Saúl, Kondok, Biakoke, Joao Felix und Correa auf den Flügeln und dann Luis Suárez vorne drin. Eine super Mannschaft und das ist unsere Mannschaft, die wir heute entgegensetzen. Leno im Tor, Mukiele, White, Tar, Tiene, Chaka, Partey, der Ex-Atletico-Spieler. Smith Rowe, Oedegaard, Pepe und Jonathan David. Ja, Ramsdale fehlt leider und auch sein Landsmann, Bukayo Saka, der hält aus den Spielen gegen den ebenfalls spanischen Gegner Villarreal. Er wird heute ersetzt von Pepe, der ja auch zuletzt sehr, sehr gut gespielt hat in der Champions League auch. Und im Tor, Bernd Leno, wir wissen alle, dass der durchaus auch Qualitäten hat. Reingeht es hier heute gegen Atletico. Ich bin sehr gespannt, wie die spielen werden, weil in der Realität spielen sie ja eher lieber etwas defensiver. Luis Suárez, das erste Mal frei durch Luis Suárez. Und der hat einfach diese Qualitäten, die unnachahmlich sind. Und Patzer, Fehler unserer Abwehrkette. Und Suárez, der nutzt das eiskalte aus. Der ehemalige Liverpool-Spieler, der ehemalige Barca-Spieler, einer der besten Stürmer aller Zeiten. Ja, hier lässt sich Ben Wright leider einmal wieder dumm rausziehen. Und dann ist es Suárez, der ihn perfekt reinmacht. Also besser geht es nicht, ein Zentimeter weiter links. Und er wäre wahrscheinlich wieder rausgesprungen vom Pfosten. Aber das ist eben seine Qualität, seine Erfahrung und auch sein Ehrgeiz, dass er den Ball da so ins Tor zieht. Ja, keine Chance, Bernd Leno. Und das 1-0 für Atletico durch Luis Suárez. Oh, der landet direkt bei Saúl. Der ehemalige Chelsea-Leist-Spieler mit dem nächsten Abschluss. Ecke folgt darauf von Tripp hier, dem ehemaligen Tottenham-Spieler. Die kommt nicht schlecht. Erstmal rausgeklärt, zweiter Ball. Gehört aber nochmal Atletico-Korea. Es ist dann, der die nächste Chance hat. Und wieder Luis Suárez. Chaka kommt gerade so noch dahin. Wir stehen hier mächtig unter Druck. Vielleicht mal etwas Entlastung hinten über ein Konter. Tiene. Aber es fehlt so die richtige Anschluss-Station. Oedegards Laufweg. Er ahnt von Renan Ludi. Und der ist dann doch ein Tick schneller als der Norweger. Oh, Suárez. Leno, wir kommen gar nicht rein. Wir kommen gar nicht rein in die Partie. Wenn wir den Ball haben, verlieren wir ihn sofort wieder. Und hinten stehen wir richtig schlecht gerade. Renan Ludi. Nächste Ecke. Koke kann ihn sich wieder fast hinlegen, wie er will. Oedegard kommt gerade mal ran. Und jetzt mal vielleicht das Spiel selbst ein bisschen in die Hand nehmen. Boah, erste Chance und zwei Ecke. Das sah gar nicht so gefährlich aus. Wurde es dann aber plötzlich. Mokiele war es, glaube ich. Chaka. Und wieder Nuni Mokiele. Dieses Mal aber ganz locker rausgeklärt. Wird aber immerhin mal die erste Chance der Partie jetzt bloß nicht in den dummen Konter laufen. Oh, das sieht aber genau danach aus. Kondogbia trägt den Ball vor. Kondogbia wird nicht gestorbt. Immer noch der Mann mit der Nummer 4. Trippier jetzt am Ball. Hallo, können wir mal irgendeinen Zweikampf jetzt hier gewinnen? Korea, Ta. Jetzt hole ihn dir. Danke sehr. Vielleicht direkt in die andere Richtung. Nikola. PP. Muss da vorbei. Kommt da auch vorbei. Und dann ist es wieder sehr, sehr schwierig hier die Lücke zu finden. Und der nächste Ball da von Sartor kommt. Saúl ist es. Ja. Wir kommen nicht rein. Wir kommen nicht rein. Joe Felix setzt sich hier durch gegen Ben White, der da ganz schlecht aussieht. Und dann haben wir Glück, dass Saúl den überhaupt nicht trifft. Suárez. Luis Suárez. Nächster Abschluss. Auch im Durchgang 2 hat sich jetzt noch nicht viel getan. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie wir wechseln könnten. Aber so richtig die springende Idee hätte ich noch nicht. Jetzt aber mal. Ja, der Pass kommt auch nicht durch. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den Ex-Atletico-Spieler Partei runterzunehmen und dafür Coronton Tolisso reinzubringen. Der ist natürlich ein Tick offensiver. Er wird doch als Achter jetzt hier bei uns auflaufen. Und ich hoffe, dass Coco wieder einmal das Spiel so ein bisschen an sich reißen kann. Weil er ist zwar erst seit dem Winter da, aber seit dem Winter spielt er eigentlich brillant. Und Smith-Rowe spielt halt der richtig scheiße. Hörligard für Mokiele. Mokiele haut ihn einfach mal rauf. Immerhin ein Schuss, wo Oblak mal was machen muss. Der lässt sich dann noch ganz viel Zeit bei der Parade. Aber wirklich überwinden tust du Oblak damit natürlich nicht. Oh, der Ball ist perfekt. Ein perfekter Ball auf Luis Suarez von Joe, Felix und dann Leno zur Stelle. Wir werden jetzt nochmal wechseln. Oder zumindest nach der Ecke. Ich dachte eigentlich, es würde Abschluss geben, aber das hat doch gar keinen Sinn angegeben, was ich da gedacht habe. Aber der Linienrichter hatte das so komisch angezeigt. Zumindest sah das so aus. Bernd Leno ist wieder da. Gleich werden wir nochmal wechseln. Och, Tierney. Och, Tierney. Warum? Riesenglück, dass Joe den verkackt. So, wir bringen jetzt nochmal Martinelli für Smith-Rowe, der heute richtig scheiße einfach nur war. Und der nächste Ball, Luis Suarez. Also jetzt haben wir so ein Glück. Expected Goals von denen müsste irgendwie so bei Minimum 3 stehen. Also die lassen gerade so die Chancen liegen. Was ein Pass von Saul super quergelegt. Und dann, ja, war er vielleicht in der Bewegung etwas schwierig zu nehmen. Natürlich so. Jonathan David. Ja. Auch das ist Quatsch. Ein Kettier jetzt nochmal rein für Jonathan David für die letzten Minuten. Tierney. Ein Kettier. Für Oedegaard. Oedegaard hat Platz. Oedegaard hat Platz. Nochmal ein Abschluss hier kurz vor dem Ende der Partie. Gefährlich war er jetzt aber auch nicht. Und stattdessen kommt nochmal Atletico Ben White. Eigentlich schon dazwischen. Taar auch eigentlich schon dazwischen. Eine Minute Nachspielzeit noch auf der Uhr. Langes Ding. Pepe kriegt ihn irgendwie sogar festgemacht. Pepe. Die Außen gegen Manu Sanchez. Der eingewechselt wurde entlang. Den muss er nochmal bekommen. Den kriegt er nochmal. Nicola Pepe. Noch einmal in den 16er. Und dann gibt es nicht mehr die Ecke. Ja. Und wir verlieren das Hinspiel mit 1 zu 0. Das einzig Positive. Wir haben nur mit 1 zu 0 verloren. Denn bei 11 zu 2 Torschüssen kann das auch mal ganz anders ausgehen. Barca scheint im Hinspiel schon klare Verhältnisse zu machen gegen OM. Die gewinnen mit 0 zu 2. Wir wollen jetzt ganz schnell gegen Southampton einmal in der Liga simulieren. Und dann geht es rein ins Rückspiel. Wo wir viel, viel besser spielen müssen. Zumindest dann, wenn das noch was werden soll. Mit dem Finale. Und Chaka fehlt einer der wenigen, der sich wenigstens reingeworfen hat. Der hat jetzt auch nicht brillant gespielt. Aber er hat sich reingeworfen. Und das rechne ich ja eigentlich schon. Spielen immer sehr, sehr hoch an. Ich werde jetzt mal mit genau der Mannschaft spielen. Die ich auch im Rückspiel aufstellen möchte. Ben White. Das war Quatsch. Das war Quatsch. Gabriel kommt rein. Und ich würde sehr gerne im Rückspiel wieder mit Tavare spielen. In der Hoffnung, dass da mehr geht. Weil das war echt ganz schlechtes Spiel von Tjene. Smith Rowe. Ich setze auf ihn auch im Rückspiel. Ja, wir werden es dann wahrscheinlich so spielen im Rückspiel. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wir gehen rein in die Simulation. Müssen ja auch noch gewinnen, um den zweiten Platz zu sichern. Gewinnen auch. City gewinnt aber auch. In Summe bleiben sie zwei Punkte vor uns. Und das wenige Spieltage vor dem Ende. Wir spielen glaube ich nur noch gegen Sheffield United. Und dann noch gegen Liverpool. Und jetzt rein ins Rückspiel. Und rein in Richtung Champions League Finale. Es wäre so geil, wenn wir das schaffen würden. Lasst uns rein starten. In vielleicht unser letztes Spiel in der Champions League. Aber ich will nicht, dass es das letzte ist. Ich will, dass es das vorletzte ist. Ich habe Bock. Aber wir haben wieder Probleme. Saka fehlt schon wieder. Diesmal fehlt nicht nur Ramsey, sondern auch Bernd Leno. Also es ist echt, ja, nicht leicht. Die Verletzung sorgen dazu ja noch Chaka, der verletzungsbedingt fehlt. Das ist alles nicht ideal. Dennoch, es kann so viel in einer solchen Partie passieren. Und lasst es uns endlich schaffen, mit Arsenal die Champions League zu gewinnen. Und dann blicken wir auf die Startformationen. Runasson muss also Ramsey und Leno ersetzen. Mokiele, Tar, Gabriel rückt rein, ebenso wie Tavares. Tolisso auch in die Startelf-Party ersetzen. Den verletzten Chaka. Smith, Rowe, Oedegaard, Pepe muss erneut. Saka ersetzen. Jonathan David kriegt die Chance erneut in der Startelf. Kettier natürlich auf der Bank. Oblak im Tor bei Atletico. Arias, Hermoso, Felipe, Manu Sanchez, Llorentes, Saúl, Koke. Und vorne die gleichen drei, wie aus dem Hinspiel. Joe, Felix, Correra und Luis Suárez. Eins ist klar. Wir dürfen kein Gegentor hier eigentlich zulassen, weil dann brauchen wir drei Tore. Kiele, der erste Ball runter. Oedegaard, Smith Rowe, Tolisso, versucht ihn durchzustecken. Wir starten ganz gut rein, aber müssen auf Konter aufpassen, so wie jetzt. Aber Joe bricht das Ganze ab. Erste Chance Atletico nach einem unnötigen Ballverlust. Mit Rumason da hinten drin. Der ist zwar auch kein katastrophaler Torhüter. Aber da hätte ich doch lieber Ramsey und Leno. Somit wollen wir natürlich möglichst wenig Schüsse von Atletico zulassen. Was aber natürlich in der Natur der Sache eigentlich liegt. Smith Rowe, das erste Mal, dass wir da wirklich gut durchspielen. Oh, und das ist richtig knapp. Jonathan David und das Aluminium rettet für Atletico. Gut gespielt. Schön. Da war mal die Option leider so halb hoch das Ding mitgenommen. Dann war es schwierig mit links. Aber wir haben, ja, fast das Beste draus gemacht. Oedegaard, Mokele. Mokele liegt ihn quer. Und gerade so noch von der Linie oder vorm Querpass gekratzt das Ding. Nochmal Oedegaard. Kurz vor der Pause. Keine Minute Nachspielzeit. Sehr, sehr torschussarme Partie. Hier ist es intensiv. Wir sind leicht besser. Aber es reicht noch bei weitem nicht. Riesen-Chance zu Beginn von Durchgang 2. Der Ball auf Jurente. Oh, hat er den direkt genommen, wäre der drin, glaube ich. Also, da waren wir mal so gar nicht da in der Abwehr. Eigentlich super gespielt. Den muss er direkt nehmen, dann ist das ein Tor. So, mit der Mitnahme war der winke ich viel zu spitz. Das Tor ist mit Platz. Pipel abgelegt. Und mal einen super Abschluss von Coco. Der nimmt sich da mal ein Herz. Der erste Abschluss, wo, ja, ein Oblak mal so richtig hinlagen muss. Und das gibt auch die Ecke jetzt hier. Kletico scheint gerade noch zu wechseln. Korea geht raus, Karasko kommt rein. Das ist jetzt nicht wirklich leichter für uns. Die Ecke rasselt einmal hinten durch. Dann ist der Ball wieder bei Atleti. Oh, der nächste Ball hinter die Kette. Luis Suárez und Runason muss auch das erste Mal eingreifen. Ödegard. Der ist gar nicht schlecht, aber der kommt nicht durch. Tolisso hat den Ball. Tolisso. Ödegard! Ödegard! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Tinke macht. Das wäre das krankeste Tor, was ich jemals gesehen habe. Aber er macht ihn nicht. Ey, er nimmt ihn so gut mit. Der Abschluss geht Zentimeter vorbei. Wir wechseln. Was eine Chance für Ödegard. In Verteidiger raus. Gabriel, gute Partie gemacht. In Kettier kommt. Du bist es, Junge. Du weißt um deine Qualitäten. Zeig es einmal wieder. Noch ein Wechsel hinterher. Jonathan David geht runter. Lackerset kommt rein. Komm Junge. Das ist deine Chance. Oh, Riesenschance. Jetzt hört Atletico auf die Entscheidung. Marcos Paolo und Jorente. Das war's. Es tut richtig weh. Es tut richtig, richtig weh, dieses Tor. Weil das ist die Gewissheit, dass wir nicht im Champions League Finale stehen werden. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles reingehauen. Und am Ende reicht es nicht, weil Jorente da ist, wenn er da sein muss. Smith Rowe. Oh, ein Kettier. Ein Kettier. Oh mein Gott. Oblak ist mit Abstand der beste Torwart der Welt. Wow. Guckt euch die Reaktion an. Also sowas Krankes habe ich noch nie von einem Torwart gesehen. Wie er die Hand da wieder hochbekommt. Das ist einsame Spitze. Einsame Spitze Oblak. Das wäre fast nochmal der Ehrentreffer hier geworden. Gibt nochmal die Ecke. Korontor Tolisso tritt diese hinten für ein Kettier in die Arme von Oblak. Noch ein langer Ball. Abseits oder was? Was pfeift der? Was pfeift der? Abseits. Okay. Ja, das war's. Unser letztes Champions League Spiel geht verloren gegen Athletic. Und es ist trotzdem Wahnsinn, was wir erreicht haben. Also ich möchte da jetzt wirklich auch mal sagen, dass Arsenal sehr, sehr glücklich wäre, wenn sie in einem Jahr irgendwo in der Champions League überhaupt mitspielen würden. Und wenn sie dann bis ins Halbfinale vorziehen würden, dann würden die das schon echt feiern. Und ja, ich habe das nicht abgesehen. Also wir hatten ein super schwieriges erstes Los mit PSG, wo wir uns überraschend großartig durchsetzen konnten. Und dann Villarreal echt teilweise abgeschossen haben. Und hier heute war in beiden Spielen Atletico einfach ein bisschen besser. Im Rückspiel waren wir zwar echt stark, aber es hat nicht gereicht. Wir haben auch zu wenig aufs Tor geschossen. Einfach müssen wir uns einfach selbst vorwerfen. Und GG an Atletico. Mal gucken, ob jetzt Atletico oder Barca die Champions League gewinnt. Es sei denn, Barca ist gar nicht im Finale. Und Barca ist nicht im Finale. 4-1 geht das noch aus. UM ist im Finale. Wow. Also das wird Atletico auf jeden Fall gewinnen. Ja, nächste Folge werden wir dann ins allerletzte Spiel gehen dieser Arsenal-Karriere. Und zwar gegen Liverpool dann. Zum krönenden Abschluss. Jetzt noch hier die Simulation nehmen wir eben mit. Gegen Brentford. Und dann nächste Folge, letzte Folge dieses sehr, sehr coolen Projektes. Wir bleiben nach wie vor zwei Punkte hinter City. Vielleicht schaffen wir es noch die Vizemeisterschaft zu holen. Oder wenigstens Liverpool die 100-Punkte-Marke zu vermiesen. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. In der letzten Folge. Ich habe es oft genug gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Auch der ganzen anderen Karrieren, die ja noch nebenbei laufen. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann. Macht es gut und ciao. Tschüss.